Die Welt ist elefantastisch. Es gibt viel zu sehen im elefanten Kino. Macht es euch bequem. Die Welt ist elefantastisch und du bist dabei. Mit tollen Abenteuern vorher auf dem Bühnenkreis. Das sind die Katzen vom Katzenchor. Welches Lied singen die Katzen wohl gleich? Hm, also ich weiß nicht, was ihr da gesungen habt. Probier es doch mal mit Dirigent. Oh, 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 oh. Miau, miau, miau. Bravo, gut gesungen. Das war das Lied Bruder Jakob. Puff. Aufstehen, Lenni. Was? Jetzt schon? Es ist schon spät. Du hast total verschlafen. Komisch. Ich habe meinen Wecker gar nicht gehört. Ist ja nicht schlimm. Ich mache Frühstück, während Du Zähne putzt. Dann können wir immer noch fast den ganzen Tag spielen. Ja gut. Wie spät ist es denn? Ich weiß es nicht. Die Zeiger drehen sich nicht mehr. Stimmt. Ob die Zeit jetzt stehen geblieben ist? Weiß nicht. Du Tweak. Wenn die Zeit stehen geblieben ist, weiß mein Bauch das aber nicht. Ich habe Hunger. Dann drehen wir die Zeiger einfach zurück und machen alles rückwärts. Du meinst, mein Hunger geht dann auch wieder weg? Na klar. Das Zähneputzen lasse ich weg. Im Bett hatte ich garantiert noch keinen Hunger. Tweak, wie schläft man denn rückwärts? Wahrscheinlich, indem man rückwärts träumt. Rückwärts träumen ist langweilig. Da weiß ich ja schon, was passiert. Und außerdem bin ich gar nicht müde. Na gut. Dann stelle ich den Wecker einfach wieder vor. Ja, ganz schnell. Beim Aufstehen eben bin ich aber nicht darauf getreten. War wahrscheinlich ein Zeitsprung. Jetzt aber schnell weiter. Klar. Jetzt ich. Klar. Erst rückwärts und dann wieder vorwärts. Aufstehen, Lenni. Jetzt wie vorhin. Aber ganz, ganz langsam. Das macht Spaß. Ja. Kommt, Tweak. Wir spielen draußen. Nenni, der Zeiger zuckt. Ich auch. Ich auch. Benni, jetzt dreht der Wecker durch. Das machen wir auch. Ja! 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 Wooh! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Wooh! Ha, ha, ha! Hey, guck mal! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Oh! Ich glaube, meinem Magen ist es egal, ob die Zeit stehen geblieben ist, der Wecker oder was auch immer. Ja, dann sollten wir was essen. Genau. Wir frühstücken, essen zu Mittag und essen zu Abend. Alles gleichzeitig. Und nach dem Essen reparieren wir den Wecker. Zu welchem Spiel hatten wir uns heute Morgen eigentlich verabredet? Hab ich vergessen. Aber mit der Zeit zu spielen war doch wunderschön. Das stimmt. Also reparieren wir den Wecker nicht. Hm, 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 hm. Ha, 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 ha Hm? 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 Haha! Hm? 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 Oh! Hey! Hm? 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 Haha! Uh-huh! Hahaha! 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 Sie ist, diffuse, die Welt ist mehr zu sehen.